So Leute, ich habe euch fertig gebraucht, alles eingebaut, was ich brauche und jetzt gehe ich zum Auto. Oh mein Gott, Leute! Leute, game, was ist das hier? Gib! Oh mein Gott, Leute, er ist weggesommen. Soll ich diesen Umschlag auch machen? So Leute, die Vierdachstundern-Challenge ist vorbei, ich bin aus dem Auto raus. Und jetzt öffnet man diesen Umschlag, mal sehen, was in diesem Umschlag steht. Und dann gucken wir mal weiter, was ich machen soll oder so. Aber ich habe jetzt mal nachgeschaut, keine Videos von mir sind gelöscht. Also ich habe die Challenge bestanden und jetzt öffnen wir mal diesen Umschlag. So Leute, ich öffne es jetzt. Vielleicht hieß so wieder ein Brief, aber sonst keine ohne Karten oder so. Das heißt, ein langer Text. Ich lese es mal. Hallo, schön, dass du die Vierdachstundern-Challenge geschafft hast. Hast du herausgefunden, wer PZ3 ist, was er von dir weggenommen hat? Schaue und lese das Rätsel nochmal durch. Übrigens, PZ2 hatte ich die ganze Zeit beobachtet. Hast du es bemerkt? Hier die große PZ3. Leute, das Rätsel war ja, mein Rechts ist ein Links. Wir sehen gleich aus und so. Das klingt mir so wie ein Spiegel. Deswegen gucke ich jetzt hier meine Wohnung überall nach dem Spiegel durch. und mal sehen, was da zu sehen ist oder was ich da finde. Und dann gucken wir mal, was PZ3 von mir weggenommen hat. So Leute, ein Fernseher kann es auch sein, weil das spiegelt sicher so. Aber hier und wo sehe ich jetzt nichts. So Leute, hier durch den Spiegel ist auch nichts. Das ist der einzige Spiegel, den wir noch haben. Und es gibt noch eine im Bad. Mal schauen mal. Nein, hier sind nichts. So Leute, wir schauen mal in den Bad. Oh. Oh mein Gott. Leute, hier ist ein Zettel. Da ist sogar ein Spiegel. Wir hatten recht. Was steht denn hier? Deine ganzen Mini-Bilu-Duschschäume sind weg. Finde die 30 Duschschäume im Garten. Und du erhältst den nächsten Challenge. Viel Glück, PZ1. So Leute, PZ3 hat anscheinend meine ganze Mini-Duschschäume von Bilu geholt. Die ich in diesen Sets hatte. Ich hatte drei Sets gekauft. Und das ergibt ja auch insgesamt 30 Mini-Duschschäume. Und die sind jetzt weg. Ich schaue mal nochmal hier. Ja Leute, es sind weg. Oh mein Gott, er war bestimmt nochmal hier dran, als ich im Auto saß. Ich hatte eigentlich hier die ganze Mini-Duschschäume hingestellt. Aber die sind anscheinend weg. Okay Leute, ich hole mal so eine Tüte. Und dann lege ich die ganze Duschschäume, die ich finde, hier rein. Und dann komme ich nochmal hoch, wenn ich alle gefunden habe im Garten. Weil das hat echt teuer gekostet. Und ich möchte die wieder zurück haben. Ja Leute, ich bin jetzt in den Garten. Oh mein Gott, es regnet einfach. Und ich such jetzt mal nach den Duschschäumen. Und ja. Hier sind auch irgendwie Blätter feste. Ich kann auch sagen, dass sie unter dem Bett sind. Und ich sehe die nicht. Die Duschschäume. Und ja. Da. Ist das hier so zwischen denen oder so? Oh mein Gott, ist das oder Matschi? Ich habe weiß Schuhe an. Was ist das? Ich schaue jetzt mal hier durch die Ränder des Gartens. Leute, wenn ihr irgendetwas seht, schreibt es bitte unten in den Kommentaren. Es kann sein, dass hier irgendetwas über sich. Oh mein Gott. Hey Leute. Hier ist ein Duschschaum. Ein Vanilla Cake Pop. Okay, die packe ich jetzt mal hier in diese Tüte rein. Ja, schau mal einen. Okay. Gibt es hier noch eins oder so? Nein, denke ich nicht. Bitte, wenn ihr irgendetwas seht und ich die ganze Duschschäume nicht gefunden habe. Es sind ja 15 Duschschäume, stand auf dem Blatt. Und vielleicht habe ich jetzt eins von 15 gefunden. Aber hier zu schnell. Stecken oder so. Oh mein Gott. Warte, wir haben hier noch einen durchschauen. Ich bin auch ein bisschen nass geworden wegen dem Regen. Wir haben hier Cotton Candy. 2 von 14 haben wir jetzt. Wir hoffen jetzt mal weiter. Kann das hier unten oder so stehen? Oder ich habe echt da keine Ordnung. Zwischen den Bällen oder so. Und hier die Blätter weg. Ich weiß nicht, was ist so schnell. Ihr könnt ja auch unter dem Blätter was verstecken. Der Mensch hat auch recht. Warte, wir haben den dritten Duschschaum. Slushy Apple. Ich gehe jetzt mal ganz anderer Seite. Oh Gott Leute. Hier ist ein Duschschraum. Sweet Galaxy Duschschraum. Okay. Ich suche jetzt mal hier weiter. Ja Leute. Hier haben wir noch eine. Hier ist noch etwas. Irgendetwas. Ein X. Blumy Cactus Duschschaum. Einen X haben wir Leute. Ich stecke es auch mal hier rein. Wir haben jetzt 5 von 15 Duschschrauben. Und hier ist es so. Oh Gott Leute. Das ist wirklich nicht. Und ich friere. Dass ich jetzt eine frische Jacke habe. Oh Gott. Hey Leute. Warte, was ist das? Ja. Wir haben da noch eine Duschschrauben. Und jetzt ist hier irgendwie ein Zischen. Ein Frostiment. Aber da steht nichts drauf. Ich muss mal zuhause, wenn ich alles finde. Richtig mal die Dusche nachschauen. Und mal sehen, ob es da irgendein Code ergibt. Wie viele Duschen haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 von 15. Wie wenig. Ich muss hier nochmal jetzt gut durchschauen. Hier zwischen den. Und da oder so. Oder. Ist der mit was? Oder sehe ich es richtig? Was ist das da? Oh, ich glaube es ist nur ein. Oh, keine. Nein. Das ist glaube ich Minutum. Schau mal da. Schau mal. Jetzt wieder eingriechen. Ja. Das ist Magic Flower. Ja, Magic Flower. Okay. Okay. Aber da steht nichts drauf. Ich packe es hier mal rein. Die ganze Blutuschein sind pecklich. Da steht irgendwas drauf. Was ist das denn für eine Challenge? Warum benutzt ihr meine Blutus dafür? Ey Leute. Wir haben hier noch einen. Sissy Barry. Und da steht wieder nichts drauf, oder? Okay. Das packe ich auch mal rein. Wir haben schon eine Menge. Aber die brauchen noch mehr. Oder so. Ich glaube hier in diesem Bereich sind Blutuschein mal. Aber ich habe die irgendwie übersehen. So denke ich. Ich glaube hier irgendwo muss das sein, oder? Weil hier kann man auch gut verstecken. Der Drehwasser ist schlau. Dass ich mit weißen Schuhen gekommen bin. Leute. Guck mal wie dreckig das ist. Ich muss die Zuhause richtig sauber machen. Es ist sehr kalt geworden. Bald ist wieder Weihnachten. Es ist schon Winter. Es ist 431. Es ist matschig. Die Dusche liegt noch zu. Und ja. Oh mein Gott. Leute. Da habe ich noch einen Duscher. Have a shake. Die packst du auch mal hier rein. So Leute. Meint ihr PC3 hat hier versteckt. Und er beobachtet mich gerade. Meint ihr das? Ich meine hier sind überall Wohnungen. Überall sind hier vorne. Der kann ich so gut verstecken. Vielleicht wohnt er auch hier in der Gegend oder so. Ne egal Leute. Wir suchen mal weiter. Aber hier ist einfach nur frei. Hier kann man nicht so was verstecken. Ich glaube ich finde. Oh mein Gott. Ja. Wir haben hier noch einen Duscher. Ja. Love is to Robin. Und da steht irgendetwas. Da steht ein Kuh. Und es ist auch ein bisschen dreckig geworden. Wir ziehen mit vier Duschschäumen. Wie wir jetzt haben. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Zehn. Da sind noch. Noch fünf Duschschäumen. Leider. Jetzt kriege ich hier auf der Seite. Aber hier sind noch Fahrräder. Irgendwie da wo du was wischenkippen. Was ist hier? Warte. Oh mein Gott. Ist das Jackpot oder so? Wir haben drei Duschschäumen auf einmal gefunden. Green rendering tea store und Coco Cocktail. Auf dem Coco Cocktail steht eine Acht drauf. Da ist noch zwei Duschschäumen. Hier noch zwei Duschschäumen. Hier irgendwo muss doch was sein oder? Ja. Da ist jetzt was. Ey Leute. Das ist Pink Grapefruit oder? Ey Leute. Ich muss jetzt mich hier wirklich knien. Aber das Ding ist. Da wird meine ganze Hose matschig. Wie soll ich das jetzt rausholen? Ich glaube ich versuche mit so einem Stock oder so rauszuholen. Weil hier können muckzende Klamotten jetzt dreckig werden. Oder ich versuche mit meinen Schuhen die Duschhäume rauszunehmen. Scheiße. Meine Jacke. Oh Leute. Komm doch mal her. Ja. Irgendwie schaffe ich das noch. Mein Gott. Meine Schuhe sind schon dreckig. Komm doch jetzt. Ja. Ja Leute. Ja. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay. Hier steht jetzt nichts drauf. Okay. Noch ein letzter Duschschaum. So Leute. Ich bin wieder zurück. Oh mein Gott Leute. Hier ist ein Zettel vor der Tür. Leute. Hier liegt ein Zettel. So. Findet die Reihenfolge des Codes heraus und dann geh zum McDonalds. Gib dem Kassierer den Code und du bekommst einen kleinen Grenzbundes mit der neuen Challenge. Und du hast bis heute Abend 20 Uhr Zeit. Sonst werden diesmal wir Videos gelöscht. PZ1. Oh mein Gott Leute. Leute. Wir haben hier einen Zettel. Und wir müssen den Code einen Challenge herausfinden. Wann sind Duschschaum? Ich habe alle 15 Duschschaum gefunden. Und es sind nur bei den 4 Stück Code drauf. Ich suche das Blachen. Nur bei 4 Duschschaum sind Code drauf. Wir müssen die Reihenfolge finden und zum McDonalds gehen. Was könnte der neue Challenge sein und warum muss ich zum McDonalds?